So was geht YouTube und damit herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein paar entspannte Runden, wo sie unten wer hätt´s gedacht und damit würde ich sagen los geht´s. Das war doch schon mal ganz gut. Ja. Ja. Nicht sein Ernst Digga. Frechdags. Ufff. Wie der sich da einfach wiederbelebt hat. Vor meinen Augen. Ne ne ne. Nein. Ja. Digga. Ja. 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 Nee. Oh oh. Ne. Ich hoffe es nicht. Das ist nicht besser. Ja. Ja. Ja Aha Nice, nice, nice Nein mein A Nein Ey das war so knapp Nein Ey das war so knapp Ja 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 Ey Nein Ey Dreck Schöne Ey Ja 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 Nix mehr Ja 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 Nein Nein Scheiße Ich dachte ich kann nicht aim, aber der ist andere Liga irgendwie Ja Eins gegen eins, ich bin schockiert Wenn er gewinnt, ne Ich fress den Besen Ja Ja Geil Das wäre lucky Aber sowas von Ja Ja So Hier wären wir am Ende angekommen Leider ist kein Win geworden Aber natürlich hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat Und damit würde ich sagen, ich hoffe wir sehen uns bei dem nächsten Video Tschüss ARD Text im Auftrag von Funk